Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Mehrwasser zu einem neuen Teil in der Serie Kurz Erklärt. Es geht sich heute um eine Kleinigkeit, die aber hier und da auch essentiell sein kann. Es geht wieder in den bakteriellen Bereich rein. Das Thema Karmhaut ist angesagt und da werden wir uns jetzt gleich drüber unterhalten. Ja Leute, wieder ein Thema, was in die biologische Ecke reingeht und womit wir alle zu tun haben. Mit Biologie haben wir natürlich ganz viel zu tun. Es geht sich ja im Endeffekt bei uns nur um Biologie, dass wir alles sauber ans Laufen kriegen, dass wir unsere Werte halten können. Und es gibt gute Biologie, es gibt schlechte Biologie. Beste Beispiel für schlechte Biologie sind Cyanus. Beziehungsweise schlechte Biologie im Aquarianersinne. Und was auch ein Bio-Problem ist, sage ich jetzt mal, weil es auch ein Bio-Film ist, ist eine Karmhaut. Nicht unsere Karmhaut, sondern eine Karmhaut. Eine Karmhaut ist ein Bio-Film, der sich auf der Wasseroberfläche, also zwischen Wasser und Luft, bildet. Und ja, da haben wir eigentlich schon länger mit zu kämpfen. Das gibt es aber jetzt nicht nur im Meerwasser, das haben wir auch im Süßwasserbereich. Das haben wir vielleicht auch im Teichbereich, wenn da kein Oberflächenabzug oder ähnliches ist. Das ist eine Sache, die unsere Biologie, beziehungsweise auch das Wachstum an sich beeinträchtigt. Ich möchte aber jetzt hier in diesem Video so ein kleines bisschen mal versuchen, euch näher zu bringen. Was ist es? Wo kommt es her? Und dann zu guter Letzt, wie kann ich es am besten bekämpfen? Wie verhindere ich es? Ja Leute, gehen wir mal hübsch der Reihe nach und versuchen erstmal jetzt rauszufinden, beziehungsweise ich versuche euch mal zu erklären, was ist überhaupt eine Karmhaut? Wie kann sie entstehen und was begünstigt sie? Was wissen wir darüber und was wissen wir nicht? Grundsätzlich, eine Karmhaut ist ein Biofilm. Biofilme sind Lebensbereiche, komplexe Lebensbereiche, wo sich Mikroorganismen drin tummeln, wo Algen drin sind. Und dieses Konglomerat aus all dem ist natürlich einen dynamischen Prozess unterworfen. Wir haben, da sind Umwelteinflüsse dabei, da sind physikalische Einflüsse dabei, da sind biologische Einflüsse dabei. Da kommt viel zusammen, was man halt nicht wirklich definieren kann oder schwer definieren kann. Für uns ist wichtig, das Ding ist da und es stört uns. Ja, meistens ist es auch so, dass es halt gerade da auftritt, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich ein offenes Becken hat, wo man schön oben auf die Wasseroberfläche drauf gucken kann und dann ist dann so ein hässlicher, grauer oder, ja, es gibt unterschiedliche Varianten. Aber egal, wenn da oben so ein hässlicher Film drauf ist, dann sieht das erstmal... Entschuldigung, bescheiden. Dieser Film kann, das kann so weit kommen, dass er sich an den Seiten vom Aquarium sogar dann hochdrückt, wenn der halt dann nicht entfernt wird. Wodraus besteht sowas jetzt? Wie entsteht sowas? Da muss ich jetzt ein kleines bisschen mal kurz spicken, weil ich habe das nicht ganz so auf der Kette. Die Bestandteile, wo es draus besteht, sind im Prinzip fünf Stück. Der erste ist der Bereich Mikroorganismen. Da drunter fallen die Bakterien, Pilze, Protozonen. Protozonen sind hier kleine Urtierchen. Und die Algen. Also sprich, alles das, was wir mehr oder weniger sowieso im Wasser drin haben. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und dann haben wir als nächstes die extrazelluläre Matrix, die man auch EPS nennt. Extrazelluläre, polymere Substanzen. Die machen so Pi mal Daumen 60 bis 89 Prozent der Trockenmasse von diesem Zeug aus. Und dann haben wir als nächstes eingelagertes, partikuläres Material. Kann man nicht einfach Staub sagen? Ja, ist ja nicht nur Staub. Also tatsächlich alles, was Kleinstpartikel sind, ob das jetzt Blütenpollen, Staub oder ähnliches ist. Alles das spielt da in diesem eingelagerten, partikulärem Material mit. Dann haben wir den größten Anteil, der kommt. Und zwar ist das das Wasser. Tatsächlich. Dort befindet sich auch sehr viel Wasser drin. 60 bis 95 Prozent. Und zu guter Letzt wahrscheinlich auch in dem Wasser gelöste Stoffe. Also sprich, ja da zählt so ein kleines bisschen auch drin hier. Fette, Öle und ähnliches. Die kommen unter anderem ja auch vor. Das wäre der Bereich, wie es aufgebaut ist, theoretisch. Also ihr seht schon selber, dass einiges an Material da mit reinspielt. Die Mikroorganismen, die wir sowieso im Becken haben. Dann kommt die EPS dazu. Dann das, was in der Luft rumschwirrt und was im Becken ist. Und dann zu guter Letzt halt diese gelösten Stoffe oder nicht gelösten Stoffe, würde ich mal sagen, sind ja unter anderem auch hier vom Futter. Zum Beispiel, wenn man relativ fettiges Futter verfüttert, meistens ist es Granulat oder ähnliches, dann bildet sich auch wie so ein Film obendrauf. Ich denke mal, damit sind auch die gelösten, sind ja im Endeffekt schon flüssig, aber nicht. Na egal. Ich bin da nicht der Biologe und Chemiker. Ich kriege sie wahrscheinlich jetzt auch gleich aus allen Richtungen drauf, aber ist nicht ganz so mein Bereich. Ihr merkt das schon. Ja, kommen wir dann zu den Ursachen. Warum kann sich sowas bilden? Der Hauptgrund Nummer eins ist einfach, ganz doof gesagt, fehlende Oberflächenbewegung. Wenn ich ein flaches, nicht bewegtes Wasser habe oder Gewässer habe, ob das jetzt im Aquarium ist, ob das draußen im Teichbereich ist oder kann man am besten auch sehen, wenn ihr draußen zum Beispiel eine Regentonne habt oder sowas, da bildet sich dann entsprechend so eine Karmhaut drauf, die dann relativ zügig wachsen kann. Wie gesagt, sie ist für uns definitiv nicht schön anzusehen. Wenn man so von oben auf so ein öliges Ding da drauf guckt, aber das ist pauschal gesagt unästhetisch, finden wir doof. Gerade wenn man so ein Becken hat, wie ich das habe, das dann halt oben offen ist, sollte man natürlich schon eine schöne, vernünftige Wasseroberfläche haben. Aber mittlerweile ist die Aquaristik so weit, dass wir eigentlich in der Zeit, wo man Überlaufschächte hat und Oberflächenabzüge, dass da jetzt schon mal sehr gut gegengearbeitet werden kann. Aber es kann natürlich in Becken auch entstehen, entweder durch Unwissenheit oder durch falsch ausgerechnete Pumpen oder generell in kleinen Becken, also in Nano-Aquarien, wo dann halt kein entsprechender Abzug vorhanden ist, kann sowas relativ schnell auftreten. Da gibt es dann aber auch Möglichkeiten, das Ganze zu bekämpfen. Was fördert das Ganze noch? Unter anderem auch eine entsprechend hohe Nährstoffkonzentration, ist aber nicht unbedingt immer der Punkt. Also ich habe auch schon Becken gesehen, die hatten Nährstoffe jenseits der 50 bis 80 und hatten keine Kammhaut drauf, äh Kammhaut. So, da habt ihr das gerade gehört. Das war zum Beispiel auch eine Sache, die ich immer falsch verstanden habe. Ich habe immer gesagt Kammhaut. Ist aber nicht Kammhaut, sondern Kammhaut nennt sich das genau. Aber grundsätzlich ist es so, nachdem ich euch ja eben gesagt habe, was da alles reingehört, beziehungsweise was an Faktoren, beziehungsweise an Material in so einer Kammhaut drin ist, ist natürlich der Bereich hohe Nährstoffe auch natürlich ein extremer Faktor, der da im Endeffekt drauf Einfluss nehmen kann. Wenn dann der ganze Rest noch dazu kommt, dann ist dann dementsprechend sowas relativ zügig im Aufbau. Ja, aber wie gesagt, in der heutigen Zeit ist die Problematik, dass eine solche Kammhaut entsteht, relativ gering. Außer wie gesagt, in den entsprechenden Becken falsch beströmt oder so. Kommen wir aber gleich noch zu. So, weiter im Text geht's. Was kann die Kammhaut im Prinzip verursachen? Grundsätzlich ist es so, dass den Bewohnern im Aquarium vollkommen wurscht ist, ob wir das mit der Kammhaut schön finden oder nicht. Also es sieht nun mal nicht ästhetisch aus. Es sieht hässlich aus, wie eben auch schon gesagt, wenn da so ein öliger Film sich an der Scheibe bildet, beziehungsweise auf dem Wasser drauf ist und dann, je nachdem, der kann auch relativ dick werden, bis zu fast einen Millimeter auf zwei. Und dann ist es natürlich schon eine richtig dicke, fette Beeinträchtigung. Und wie gesagt, das geht auch an den Seitenscheiben, kann sich das hochdrücken, dann sieht er richtig hässlich aus. Aber wie gesagt, unseren Bewohnern ist das erstmal egal, ob uns das gefällt oder nicht. Die haben dadurch natürlich auch einen entsprechenden Nachteil. Erster Nachteil, der ganz offensichtlich ist, es ist ja im Prinzip wie eine Deckelung in unseren Augen. Was dann in dem Moment nicht mehr stattfinden kann, ist dieser passive Gasaustausch, den wir natürlich in der Meerwasser-Aquaristik ganz extrem brauchen. Also ohne diesen Gasaustausch haben wir die Problematik, dass wir unseren pH-Wert nicht da halten können, wo er hingehört. Und die Karmhaut ist natürlich dadurch, dass es ein Lebensbereich ist, beziehungsweise ein Bereich ist, wo Bakterien drin sind, Pilze, Algen, wie eben schon erzählt, jede Menge Wasser, finden da oben drin natürlich auch entsprechende Prozesse statt. Da wird, wenn da Algen drin sind, CO2 aufgenommen und, und, und. Das alles auf diesem winzigen, kleinen, dünnen Raum, der da im Prinzip der Lebensraum von diesen Mikroorganismen und von allem anderen Zeugs ist, was da halt drin ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist im Endeffekt, findet noch ein Gasaustausch statt. Ja, klar, logisch, aber zum großen Teil ist es so, dass die Karmhaut sich dieses Gases im Prinzip bemächtigt, weil da drin halt auch diese entsprechenden mikrobiologischen Prozesse stattfinden. Mann, ja. Im Endeffekt wird der Gasaustausch, den wir brauchen, etwas unterbunden, nicht nur etwas, sondern stark unterbunden. Es findet nicht mehr in dem Maße statt, wie wir es brauchen und somit ist eigentlich dieser Gasaustausch, den wir haben wollen, nicht mehr da. Ich wollte es aber nur der Vollständigkeit halb sagen, dass halt in dieser Schicht ein gewisser Austausch auch noch stattfindet. Ja, was heißt das im Endeffekt? Wie eben schon gesagt, wir können Probleme mit dem entsprechenden pH-Wert kriegen. CO2 kann nicht entweichen. In der Süßwasser-Aquaristik mag das hier und da gewünscht sein, bei uns nicht. Und das wäre der Punkt Nummer 1 schlecht für unsere Bewohner, weil dementsprechend der Gasaustausch nicht stattfinden kann. So, der nächste Punkt, der hier ganz essentiell bei uns wichtig ist, ist das Thema Licht. Und zwar ist es so, dass durch diese Schicht oben natürlich dementsprechend einiges an Licht aufgehalten wird, nicht durchgelassen wird. Und ich behaupte jetzt mal ganz stock und steif und da sind sich hier so einige Quellen im Netz auch einig, aber haben es noch nicht fundiert belegt, dass wahrscheinlich im Endeffekt auch das Spektrum des Lichts ein wenig verändert wird. Das wäre vielleicht mal eine Sache für jemanden, der sich da mit beschäftigt, der auch weiß, was da im Endeffekt passiert, wenn ich jetzt normales Licht durch die normale Wasseroberfläche durchbricht und dann unter dem Boden gemessen wird. Und wenn ich dann eine Karmhaut habe, was dann halt entsprechend die Karmhaut anrichtet. Bin ich leider nicht verausgerüstet, kann ich euch leider nicht sagen, aber das wäre mal interessant zu wissen. Ja, was das Licht natürlich so wichtig macht, wenn es verändert wird, wenn es weniger wird, unsere Zozantellen, unsere Symbiose-Korallen, sage ich jetzt mal ganz doof, können jetzt nicht mehr das so umsetzen, wie sie sie wollen, sollen. Weil dementsprechend das Licht fehlt oder nicht das richtige Spektrum da ist, um dementsprechend die Photosynthese stattfinden zu lassen. Heißt auf gut Deutsch, unsere Tiere verhungern und können eingehen. Das heißt, wenn ich so eine Karmhaut habe und nichts gegen tue, kann es im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass ich mein Becken gegen die Wand fahre. Aufgrund von einem schlechten Sauerstoff-CO2-Verhältnis, was halt nicht ausgetauscht werden kann, und entsprechend schlechten Lichteintrag. Und das sind beides Faktoren, die unser Becken ganz erheblich schädigen und schwächen können. Und teilweise kann es auch zum Beckenabsturz kommen. Und das ist genau die Sache, die wir halt nicht wollen und wie wir das am besten verhindern können. Und in der heutigen Zeit ist es meiner Meinung nach relativ einfach. Das sage ich euch jetzt. Ja, Leute, kommen wir zur Vermeidung einer Karmhaut. Karmhaut. Grundsätzlich ist es so, dass wir, damit wir einen vernünftigen Gasaustausch im Becken gewährleisten können, eine Oberflächenbewegung brauchen. Oberflächenbewegung heißt, dass unsere Pumpen nach Möglichkeit so ausgerichtet sind, dass sie die Oberfläche in Bewegung setzen und somit ein Gasaustausch stattfinden kann, der einerseits natürlich wichtig für unsere Gesamtbiologie im Becken ist und auch für den chemischen Teil. Und zum Zweiten ist es so, dass wenn ich eine solch bewegte Oberfläche habe, auf einer solch bewegten Oberfläche eine Karmhaut relativ schlecht entstehen kann. Relativ schlecht. So, jetzt ist es so, dass in der heutigen Aquaristik, gerade ich sage es mal bei den größeren Becken, die jetzt mit Überlaufschacht sind und ähnlichem oder mit abgetrennten Technikabteilen, die sind meistens alle so aufgebaut, dass sie einen Oberflächenabzug haben, also sprich über einen Kamm drüber oder eine gewisse Höhendifferenz dementsprechend haben, wenn die entsprechenden Pumpen angelaufen sind. Es gibt mittlerweile aber auch Geräte, die für den Nano-Bereich gedacht sind, die dann nur rein die Oberfläche wegziehen und somit dann auch die Karmhaut entfernen. Das wäre im Prinzip, diese drei Maßnahmen sind dafür geeignet, dass die Karmhaut natürlich erstmal gar nicht entsteht. Sollte ich jetzt die Problematik haben, dass ich irgendwo eine Karmhaut habe oder dass mein Becken komplett damit zu ist, dann kann man natürlich auch hingehen und dementsprechend das mit einem Becher, wenn man einen Becher ganz vorsichtig reindrückt und dann so langsam überlaufen lässt, also sprich einen künstlichen Überlauf da erzeugt, kann man diese Karmhaut abschöpfen. Eine Variante. Das andere wären Filterpapiere zum Beispiel, die, wenn man, oder hier Küchenkrepp, das geht theoretisch, wobei ich kein Freund bin, sage ich euch gleich warum. Wenn man die oben auf die Wasseroberfläche drauflegt, kurze Zeit und dann wieder herunternimmt, dann saugt sich diese Karmhaut unten dran fest und man kann sie dann runterziehen. Nachteil an der ganzen Sache ist, hatte ich euch in einem der letzten Videos mal gesagt, habe ich aber auch nur vom Hörensagen, in unseren Küchenrollen sind Phosphate drin. Und wenn ich jetzt so ein großes Blatt einfach mal patsch ins Becken rein packe oder obendrauf gebe und ein kleines Becken habe, wie ein Nano zum Beispiel, dann werden Phosphate ins Wasser abgegeben. Also diese Filtermaterialien bzw. diese Filterpapiere dürfen nichts abgeben. Das ist wichtig. Aber wie gesagt, das Beste wäre, das Ganze erstmal nicht entstehen zu lassen. Wenn man jetzt natürlich eine Karmhaut obendrauf hat und seine Pumpen dann verändert oder sein Gesamtkonzept umbaut, um die unterzuarbeiten, dann muss natürlich auch entsprechend das Filterkonzept dahinter auch so ausgelegt sein, dass es das Material verarbeiten kann. Weil, wenn ich es unterarbeite durch Oberflächenbewegung oder Ähnlichem und dann ist das Material ja immer noch da. Also sprich, die Mikroorganismen, die Biologie, die verschwinden dann nicht von jetzt auf gleich. Außer wenn ich natürlich jetzt hingehe und die mit einem Becher abschöpfe oder meinetwegen oben abziehe. Dann ist die natürlich erstmal aus dem Becken raus. Aber wenn ich sie unterarbeite, meinetwegen durch Oberflächenbewegung, dass es so lange Oberflächenbewegung gemacht wird, bis das verschwunden ist. Und dann sollte die Oberflächenbewegung dann dementsprechend auch so eingestellt werden, dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Das ist dann, ja, da muss man so ein kleines bisschen rumexperimentieren, ist eben Strömung. Strömung ist immer eine Sache, die äußerst schwierig einzustellen ist. Und gerade dann, wenn man dann solche Faktoren dann auch noch mit berücksichtigen muss. Sondern, ja, da ist man vielleicht gerade froh, dass man genug Strömung unten im Becken hat, hat aber zu wenig Bewegung oben. Ein Teufelskreis. Aber das Spiel kennen wir ja und damit müssen wir uns beschäftigen, weil es halt auch nicht anders geht. Kommen wir zurück nochmal zu der KMH, die ich unterarbeite. Wie gesagt, ich muss einen entsprechenden Filterkreislauf oder eine Filterung am Becken dran haben, die mit sowas umgehen kann. Also sprich, es muss ein Abschäumer da sein, es muss eine andere Filterung da sein, die vielleicht mechanische Sachen im Vorfeld dann rauszieht. Das reine Unterarbeiten hilft erstmal für den Moment, wird aber wahrscheinlich dann im Endeffekt das Becken weiterhin belasten. Wie gesagt, meiner Meinung nach entsteht so eine Haut nur, wenn dann, ich sag mal, die entsprechende Belastung an Bakterien da ist. Wenn wir zu viele Algen haben. Was natürlich daraus resultiert, ob das jetzt was mit den Nährstoffen zu tun hat oder nicht, würde ich mal sagen, ja. Wenn ich ein entsprechendes Bakterienverhältnis oder ein entsprechendes Bakterienwachstum habe, dann habe ich ja auch irgendwo eine Grundlage für diese Tierchen. Und das sind meistens unsere Nährstoffe und, und, und. Ja, alles in allem, ihr seht, das war schon wieder mal von überauf, nach von und hassend gesehen. Okay, wieder ein komplexes Thema, was aber eigentlich relativ einfach heutzutage zu beheben ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mal sagen, ich habe genug geredet für heute. In diesem Sinne wünsche ich euch ja einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Weiber. Ciao. Bis zum nächsten Mal.